Da ist ein Schlüssel. Oh, nice. Du hast auch schon mal ein Achievement bekommen, von daher würde ich mal stark behaupten, das ist unterteilt. Ja, aber das war nie, dass da stand, von wegen, ja, äh. Okay. Und das ist gruselig. Das ist jetzt ein Dreieck. Ich mag das nicht. Ich sag jetzt gerade schon, jetzt wird der richtige Typ da stehen. Was ist das? Da kommt doch irgendwas rein. Es muss eine Möglichkeit geben, die Lampe einzuschalten. Was für Lampe? Hm. Hm, hm, hm. Blut. Ich komm schon wieder nicht weiter. Ist es irgendwie... Nee, ist nicht. Ach, Mann. Moment. Ich hätte jetzt gesagt, dass vielleicht das dieser lustige Schlüssel ist. Ich geh einfach nochmal da hin und guck mal. Ich halte es einfach mal da dran. Warum? Warum? Vielleicht? Nee. Warum? Vielleicht? Warum? Ich will nicht schon wieder ein Dingsbums haben. Der. Du bist mir einfach mal sein. Im dritt. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich verstehe es. Ich weiß nicht, was ich hier machen muss. Gehe nochmal zum Helm. Okay, dann gehe ich nochmal zum Helm. Jetzt bin ich beim Helm. Hat dieser Taucherhelm da noch irgendwas von relevant? Ich kann da, also da kann man noch Sachen machen, aber ich habe nichts, womit ich da was machen kann. Ich kann ja nirgendwo dran drehen und alles. Hier ist noch irgendwas, da komme ich aber auch nicht dran. Ich müsste noch irgendwie Zeug haben für Werkzeuge. Ja, Dennis ist jetzt zu Hause. Talisman und Co. Diving Apparatus. Sieht so aus, als ob man das aufklappen könnte, weil hier oben Scharniere sind, aber ich kann das nicht aufklappen. Uh-huh. Metall-Eichel. Uh-huh. Okay. Ich habe vor, nicht mehr so lange zu machen. Was ist das hier? Kann man da irgendwas nicht drehen? Okay. Ich haue jetzt noch dieses Gerät hier vorne rein. Ich schätze mal, dass das da hinkommt. Ja, ich war halt im Überlegen. Ein Grashüpfer. So, hier kann man da irgendwas. Beine brechen. Ein Metallzeiger. Ich habe aber keine Ruhe, wo ich das dran machen kann. Ich spiele jetzt noch so lange, bis ich wieder hänge. Was ist das denn? Moment, das ist der für das Ding da im Dings. Hier, da hin. Und jetzt? Ah. Ach so, das muss dann wahrscheinlich so aussehen wie das da. Mit diesem Schein wurde sich eine Art Ritual etwas zerschmettert. Zeige, bei dem Kompass-Ding vielleicht. Meinst du, bei dem... Ah, wie hieß das denn? Irgendwas mit Stern. Ja gut. Also ich habe jetzt auf jeden Fall nichts mehr, was ich hier rein tun kann. Bei dem... Das da. Ja, das kann ich noch nicht mal anklicken. Ich mache jetzt einfach hier Schluss. Ich weiß, das ist ein sehr abruptes Ende. Aber ich bin unzufrieden. Was man vielleicht auch nachvollziehen kann, warum. Wir machen dann einfach beim nächsten Mal hier weiter. Weil anscheinend gibt es hier keine Kapitel mehr. Also keine offensichtlichen Kapitel. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Part des Live-Let's Plays wieder. Oder beim Livestream oder bei anderen Videos. Ja, und hoffentlich sehen wir wieder und so. Uns. Tschüss.